Der Miet, kein Sprengstoff, nein, lasst doch nicht dabei sein. Raketen, Böller, Knallfrosche, die könnt ihr einbauen. Also hört auf die Vorsätze des Gerichts. Macht, wie es der Stadion hilft, dreht euch eigenen Filmen. Von eurem Silvesterknaller, macht die Wurzeln des Gerichts. Macht eurem eigenen Film, aber vergesst nicht, die Verschriften, macht sie gut und hört auf uns. Ja, vielleicht doch.